Ja, hallo zu Black Ops 2. Wir hatten gerade eine richtige Scheißrunde, die werde ich nicht hochladen. Ach ja, willkommen. Ich bin immer noch in so einem angepissten Modus. Und wir sind mit im Game, yeah. Ah, wir machen dann ein Team-Leadman zu. Ja, bin ich auch für. Ich sehe den Typen. To your face, bitch. Ein Triple. Das ist kalt. Ich glaube, geht ihr in gute Stimmung, oder? Nee, ich gehe nicht in gute Stimmung, Mann. Doch, doch. Habe ich einen Triple gemacht mit deinem 8, oder was? Ja! Ich habe nur 100 Punkte, bei mir standen nur 100 Punkte, Alter. What the fuck? Ja, das ist ein Bug. Cool. Habe ich echt gute Stimmung, Mann. Geht ab. Ich war hinter euch, ich bin trotzdem gestorben. Na, tot und tot. Aber egal, das geht doch schon mal besser nach der letzte Runde. Ja, letzte Runde 0,17er KD, ja. Haste. In. Black Ops. Ohne Witz. Warum machen wir überhaupt das Display weiter? Ohne Witz. Wie kackt du die ganze Zeit ab, Alter? Das stimmt. Mann! Wie? Ach, weiß ich. Aim früher. Zielschieß früher. Aber das Yolo. Das Yolo. Alter, ein Blitzschlag. Mann! Alter! Komm her! Ja, in den letzten zwei Sekunden sterbe ich noch etwa dreimal. Es ist... Der Typ war tot, Mann. Wie kann... Ja, ich bin in den letzten, äh, etwa 20 Sekunden dreimal gestorben. Und jedes Mal... Ich konnte nichts machen. Siehst du? Da! Was soll ich denn machen, Mann? Ernsthaft? Wir können nicht Hattert machen. Das spielen so gute Leute. Mach Team Deathnet ohne Spaß. Das geht gar nicht, klar, Mann. Ist das überhaupt nicht, ja? Früher ging das noch. Das Spiel. Witzel zu sagen. Aber heute geht das gar nicht. Gar nicht, Alter! Ist aber so. Wie viel Uhr haben wir gerade? 18 Uhr 28. Ja, das ist nochmal... 18 Uhr... Was? 18 Uhr 28. Witzel zu sagen. F-Walter. Das ist normalerweise eine Zeit, wo viele Leute spielen. Also auch viele schlechte Leute. Und deswegen geht es da oft ziemlich gut. Aber nein. Nein, nein. Einfach mal konzentrieren. Und ich weiß, wir müssen mal ein Spiel finden, was wir zu zweit spielen können. Aber nicht gegen andere Leute. Irgendwie so ein, äh, zu zweit, so Koop-Spiel oder sowas. Und das ist ja nicht... Portline. Portline? Heißt. Das ist so nicht halt... Ach so. Okay. Also nicht Portlock. Ja, ja. Aber trotzdem, was ist denn für ein Spiel? Was gibt's denn? Keine Ahnung, fällt nichts ein. Welche Spiele haben denn Korb-Modus? Minecraft. Ist das so, oder? Ja, Minecraft ist jetzt falsch. Wir könnten ja Minecraft, aber nicht ganz so, Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Sondern so, irgendwie so Adventure-Maps oder so. Ist ja mal richtig, das ist... Also ich hab schon ein paar gespielt, die sind eigentlich echt lustig. Ja, ne, hab ich aber keinen Bock drauf. Ich mein, jetzt mehr so ein Spiel mit ner Story, so. Zum Beispiel hat ja Dead Space... Ja, Dead Space hat, glaub ich, nen Koop-Modus einfach. Battle Feater war ein. Damit man einfach zu zweit die Kampagne spielen kann. Ja, zum Beispiel Battle Feater. Aber ich hab Battle Feater nicht. Ja, von mir, aber... Naja. Ja, von dir, aber das ist ja... Junge, stirb doch jetzt endlich. So, ich muss mich konzentrieren, ein bisschen. Also, sorry, wenn ich nicht viele wele. Noskop? Ich sag Noskop. Ja, Noskop. Lol, nein! Wenn du genau dir überlegst, was du machst, ja, dann stirbst du nicht. Scheiße auf den Typen. Ich krieg den eh nicht. Ich muss meiner einen nachladen. Warte mal kurz. Da hinten. Bestimmt kommt da jetzt einer. Ja, ich werde jetzt hier warten. Und stirbst du. Ich sterbe auch so. Wo ist der Typ? Das sind zwei. Nein! Woher weiß der das denn? Oh, mein Witz. Das ist ernsthaft. Das ist nicht lustig. Aber jetzt bin ich... Jetzt bleib ich ruhig und vielleicht krieg ich noch mal... Hacker sind scheiße. Vielleicht bekomm ich den auch mal in Kale, wenn ich jetzt ruhig bleibe. Genau. Aber du sollst nicht leise sein, kannst du ja auch... Könnte es auch sein, dass du... Oh, kein Kale-Tick, ne? Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn ich meinen Kale bekomme. Ja, ich auch. Es ist auch 50er Assist. Weißt du, ich schieße zuerst auf den... Ich geh da nicht rein. Ich hab genießt, ne? Weißt du, er rennt weg vor dem Typen. Ich renne rein. Und bin tot. Und rennst du dann überhaupt rein? Ja, ich wusste nicht, dass du einen da ist. Ich dachte, du rennst zurück, weil... Weil YOLO. Weil YOLO. Natürlich. Ich renne immer zurück, wenn YOLO. Ja. Immer, weil ich so Bock habe halt. Alter, das Auto, was ich vorher angeschossen hab, tötet mich. Das muss ja genau dann hochgehen. Das kann sich ja nicht zurückhalten, das Scheiß-Auto. Mach Kills. Scheiß-Nähte. Lord. Schon wieder 50 Assist. Diesmal von dir. Mach! Hinten, hinten, hinten! Nein, doch nicht. Aber einfach nicht so viel und guck, was passiert. Oh, Double. Ich will nicht. Ich möchte das nicht. Böse. Das war ein lustiges Movement. Hä? Bei mir war ich längst um die Ecke, Mann. Ach, hier hat mich ja eine Wallbank um die Ecke. Tut mir leid. Ey, ich stehe vor denen und die knallen mich einfach nicht ab. Die stehen einfach davor. Naht in den Lauf. Hier liegt eine Ballista. Ich bin mal eben auf. Gott ey Er klebt in der Küche Das ist so geil Nein Nein Böse Hab ich auch mal einen KST So kein Skill Ernsthaft Das spiel ich ja fast durch Habt ihr ein bisschen länger ins Game Wisch die Ich hab nur noch 12 Schuss für die einen Nicht gut Das ist mir aber egal Ich bin nämlich short of Drohne Ja Interessant Find ich allerdings auch Das ist nämlich richtig selten Ja das ist ein richtig hohes Trick Schade Ich hab ihn noch geholfen man Ich bin gestorben Ich hab das gesehen in Kilpfe Ich dachte ich hab den KST Ich war da hinten Naja egal Ich hab dir noch geholfen Das ist Schottganskill Ja ich hab dir noch geholfen Das ist jetzt nicht so dass er bestimmt jetzt den Kampf gewonnen hat Hätte er aber sowieso Coquille nicht rot der war Na doch Egal gut das war's mit der Folge Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss